jetzt machen wir gehen wir mit dem Ganzen da hin mann absoluten mehr und gleich gern auch weiter ja die Prozent Street-Doc-Straußenbande Street-Doc-Strahl-Jahr-Mann das wird nicht mehr oder die Fakten oder so da kann sie mir eine Rechnung schreiben oder soll ich erst mal Automaten nee geh raus von dir will ich kein Geld du brauchst Hilfe echt hau ab bist ein duftart Kerl hätte ich nicht gedacht tschau bis zum nächsten Mal jetzt weiß ich wie die Müslotte gesteckt ist glaubt er hat ordentlich getankt so und Hände nach oben Schurutaloke lassen und im Kreis sehen so rest in peace mein Bruder das war ne schöne Zeit mit dir man wird sich bestimmt irgendwann nochmal im Himmel sehen zeig dir mal den Fakt mit dem Pilzmann ich kommst dir in Außen ich sag's dir ich kommst dir in Außen ich sag's dir in Außen peace Bruder ich sag's dir Mann ich fühl dich so aus wie ein Rentner jetzt nein Mann jetzt ziehst du voll korrekt aus so weißt du mit weißen Schuhe das passt zu den schwarzen Sachen das gibt dir guten Akzente weißt du was du jetzt noch machen musst was du musst jetzt richtig gehen wie ein Gangster ja guck doch guck doch guck doch will die Jugendlichen mit dem Kopf nach oben mit dem Kopf nach oben nicht als hättest du dich unter dem Arme geschnitten beim Basieren ja Mann so wie ihr beide und ich werde langsam den Panty ausklingen lassen vielleicht will dann noch nen anderen DJ oder so ich übernehme das du mach was ach du heilige Scheiße mach das du hau du hast ein Fell ohne Grund Fell in der Hund des Fress den du sendest ist echt nicht gesund es lebe die Kunst alles locker zu nehmen ein Buch übers Meditieren solltest du lesen Gespräche mit dir das sind Folterungszene nur an denen er schweigt ist das Gold zu vergeben wo wollen wir doch mal ja würde ich sagen alles klar hey Puma ich fahr bei dir mit ne eh wir sind zu Fuß oder weil es nicht so weit ist das war der mechaniker macht doch die türen zu das sieht ein bisschen gefährlich der liegt flach der liegt flach die türen was hast du mit dem gemacht ich hab mal vier getrunken ja sie haben ein problem mit alkohol wollen sie darüber reden nicht mit mir nicht okay wollen sie hier gucken sie mal wollen sie mit dr delphine reden ach du scheiße ich kann nicht schwimmen na wie ich muss jetzt ins wasser betäubt mich dann macht man nicht tut mir leid das geht so oder müssen aushalten noch ein tequila während der zahnbehandlung ich will nichts unhöflich sein gut der herr mit den hübschen weißen beißchen ich glaube ich musste tanken aber ich habe ganz vergessen dass ich diesel tanken musste ohne spaß wir können ja wir können ja im telefon in verbindung bleibt dass du nicht so alleine wirst nehmen müssen wir nicht du legst mich nur vom fahren ab alles klar bis gleich bis später seid ihr seid ihr auf krawall aus oder was ist hier los schönes auto wird eigentlich muss mal kurz eure tunik und rolle machen und da ganz ehrlich zu ihnen ich wollte auch mal ein bisschen gucken dass sie dürfen sich auch ruhig mal einsetzen wenn sie wohl der besitze ich mal auf die andere seite ich möchte mal gucken ob wir da kuscheln miteinander hey na hallo ich grüße euch wir müssen später ein umstyling machen ich will aussehen wie du ich will mich umbringen nein fieber nein fieber oh die bolle ah ne doch nicht das sah so aus weil da eine tue fehlt ja ja du brauchst also eine der zutaten ist nichts ganz ohne wenn du mir die beschaffen kannst bekommst du neues zeug welches das eine junge frau luca ne weibliche ja geht es um schmuddelkram hm ja ganz schmuddeliger schmuddelkram ja extra schmuddel extrem schmuddelig so wie es frankie am liebsten mag oh god das rede ich schon wieder hey du pisser ne die sind hier wie pisser alles gut bei dir wo bist du ja klar was geht ach du seisse was hast du denn gemacht ja ich bin jetzt ein harter typ ach du seisse ey hat doch eine glatze jetzt glaubst du nicht alles gut ja ich hab ähm mir die herabrasiert ja ich sehe wie kommt hab ich hier nicht gebraucht oder hey wo warst du gestern das dann raus ausgesoffen oder was ausgesoffen genau ist das nicht deren ernst bock aufm wettrennen ich wette ich gewinne hey da kommt er raus